Sex nach der Geburt Kaum ein anderes Thema als solch ein Tabuthema, selbst in gut laufenden Beziehungen, weil sich einfach viel verändert. Nicht nur durch die Geburt eines Kindes verändert sich viel, sondern natürlich auch der Umstand, dass der Körper der Frau sich verändert nach so einer Geburt. Das merkt sowohl die Frau als auch der Mann. Keiner möchte so richtig drüber sprechen. Alle sind so ein Stück weit gereizt, nicht nur weil der Sex ausbleibt, sondern weil auch nicht drüber gesprochen wird. Und wir klären heute mal ganz ausführlich in diesem Video, wo es da eigentlich hapert. Bei diesem Thema muss man auch immer beide Parteien sehen, sowohl männliche Seite, die natürlich nicht die Protagonisten dieser Geschichte sind, die Frauen sind die Protagonisten. Diese Seite müssen wir auch beleuchten, aber es gibt eben auch diese zwei Facetten und das darf man eben nicht vergessen. Fangen wir mal bei der Frau an, bei der sich sowieso schon alles verändert hat während dieser Schwangerschaft. Man wird runder, man wird vielleicht auch ein bisschen dicker, man lagert Wasser ein und dann kommt die Geburt. Man hat vielleicht ein Dammriss, man hat sogar vielleicht einen Damm-Schnitt bekommen. Es brennt, es tut weh, man fühlt sich nicht so richtig, hundertprozentig wohl im Körper. Und jetzt kommt irgendwann der Partner nach dem Wochenbett an oder vielleicht schon im Wochenbett, also in den ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt und möchte wieder Geschlechtsverkehr haben. Und du sagst als Frau, nein, möchte ich nicht. Und vielleicht ist das auch nach drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten so, dass du überhaupt keinen Bedarf, überhaupt keine Lust auf Geschlechtsverkehr hast. Das ist ein völlig normaler Gedanke. Denn was auch Männer manchmal so ein bisschen unterschätzen, ist der Fakt, dass dieser weibliche Körper auch nach der Schwangerschaft, auch nach der Geburt, jetzt vielleicht sogar mehr denn je gebraucht wird. Und das auch von einem anderen Geschöpf. Was diese Zuneigung und diese körperliche Nähe auch einfach nötiger hat, als jetzt der Mann, der vielleicht wieder ein bisschen Bedürfnisse hat. Die Frau aber sagt, okay, die Brüste, die werden die ganze Zeit benutzt. Ich fühle mich irgendwie immer noch nicht wohl, weil ich kann mich nicht rasieren, weil das Kind ist ständig da. Ich muss das Kind füttern, ich muss immer da sein. Ich habe überhaupt keine Zeit für mich, mich selbst gut zu fühlen. Also da kommt viel zusammen. Den Hormonhaushalt nach so einer Geburt lassen wir mal ganz außen vor. Der kommt natürlich gerade in den ersten Wochen auch noch dazu, dass da so ein kompletter Hormoncocktail einmal durcheinander gewürfelt wird. Insgesamt ist die Situation nicht gerade Libido-förderlich. Das ist so der eine grobe Aspekt der Frau. Dann kommt der nächste Punkt, die Männer. Klar, die haben jetzt vielleicht neun Monate Abstinenz geübt. Das Video Sex in der Schwangerschaft verlinke ich euch unten mal. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Natürlich ist das möglich ohne Probleme. Aber viele Männer und auch viele Frauen haben da vielleicht Hemmung oder können nicht, weil vielleicht eine Risikoschwangerschaft besteht etc. Das heißt neun Monate No-Go. Und danach denkt man, ja jetzt könnte es so vielleicht dann nach den ersten Wochen nach Geburt wieder ein bisschen losgehen. Immer noch nicht, denn die Frau hat vielleicht keine Lust. Aber was vielleicht auch dazu kommt, vielleicht hat der Mann selber nicht so wirklich Lust. Vielleicht hat er da auch bei der Geburt unten was gesehen, was sich jetzt eingebrannt hat, was nicht mehr aus seinem Kopf verschwindet. Und wo er das auch erstmal ein Stück weit verarbeiten muss. Und dementsprechend selbst vielleicht gar nicht so die Lust auf Geschlechtsverkehr hat. Und die Frau, die vielleicht eigentlich auch nicht so Lust auf Geschlechtsverkehr hat, aber merkt, hey, mein Mann, der möchte gar nicht mit mir schlafen. Früher wollte er das irgendwie fast jeden Tag. Und jetzt hat sich das irgendwie geändert. Und da entsteht ein Teufelskreis, aus dem man schwer wieder rauskommt. Die Kniffe und Tricks, wie man da rauskommt, erkläre ich euch gleich. Aber das ist ein Gesamtgefüge, was es absolut normal macht, dass man nach so einer Geburt eines Kindes noch nicht so wirklich viel Lust verspürt auf Liebe, Liebe, Liebe. Beide Parteien spielen da eine große Rolle. Und die große Brücke, die man da schlagen kann, ist Kommunikation tatsächlich, also miteinander sprechen. Das ist ein Thema, wie geht man das an? Abends vorm Fernseher irgendwie eine Serie gerade am gucken und dann du, warum haben wir kein Geschlechtsverkehr mehr? Das ist immer schwierig. Oder abends beim Abendessen, man ist eh schon geschafft, ist froh, Kind schläft vielleicht jetzt endlich. Und dann möchte man sich über solche heiklen Themen unterhalten, wo man ganz genau weiß, der Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Aber man muss sich da wirklich zusammenreißen und gucken, dass man dieses Gespräch sucht, sowohl sie als auch er. Und dass man wirklich offen darüber spricht, auch die Bedürfnisse anspricht oder vielleicht die Nicht-Bedürfnisse anspricht. Dass man einfach sagt, du, nein, ich finde dich attraktiv, es ist alles in Ordnung. Klar hast du dich geändert, aber das macht mir nichts. Aber ich habe gerade einfach auch nicht so Lust. Ich bin kaputt, ich bin müde, ich möchte irgendwie nichts. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Also da muss man einfach ganz, ganz offen drüber sprechen. Selbst wenn die Frau sagt, du, mein Selbstwertgefühl ist im Keller. Ich sehe aus wie Hulle. Vielleicht sind meine Brüste anders. Ich habe einen Dampfschnitt bekommen, das brennt und tut irgendwie immer noch weh. Ich habe einfach gerade nicht so das Bedürfnis, dass da mir jemand irgendwo rumvorwerkt. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Ihr werdet merken, so ein Gespräch wird schon die Wogen absolut glätten. Es kommt natürlich immer die Frage auf und die höre ich auch sehr oft. Ab wann nach so einer Geburt darf man oder sollte man dann wieder Geschlechtsverkehr haben? Und da sage ich immer, die Frau ist Chef, denn die hat untenrum einiges mehr erlitten als der Mann. Und bei ihm ändert sich so gut wie gar nichts, außer dass da jetzt ein Kind da ist, was natürlich auch Spaß macht und toll ist. Aber für die Frau ändert sich sie viel, viel mehr an. Auch körperlich hat sich da viel mehr geändert. Deswegen muss sie auch irgendwo den Takt vorgeben und sagen, jetzt möchte ich wieder, jetzt tut es mir auch nicht mehr weh oder jetzt fühle ich mich auch wieder einigermaßen wohl. Das ist wirklich der Taktgeber, ist die Frau und die muss unterm Strich irgendwann entscheiden, wann das wieder so sein soll. Ich kenne Frauen, die haben zwei, drei Wochen nach Geburt schon wieder Geschlechtsverkehr mit ihrem Partner. Überhaupt kein Problem, damit ist alles in Ordnung. Ich kenne aber auch andere, die haben fast anderthalb, zwei Jahre kaum bis gar keinen Geschlechtsverkehr nach so einer Geburt gehabt, was auch nicht unnormal ist. Aber das kann natürlich so eine Beziehung extrem belasten und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach das anspricht und das auch klärt. Also gibt es keinen fixen Zeitraum, kein fixes Zeitfenster, wo man wieder mit Sex anfangen kann nach so einer Geburt, sondern das müssen beide Parteien so ein bisschen für sich entscheiden. Und wo man sich auch immer frei von machen muss, ist dieser Gedanke an, ach wie war es denn früher, sowohl vom Gefühl für beide als auch von dem Umstand. Viele haben vielleicht ein Familienbett, das Kind liegt direkt nebenan. Das heißt, dieser hemmungslose Sex, wie man vielleicht früher hatte, den gibt es so im Zeitraum nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung. Da muss man einfach einen Haken hinterher machen und sagen, okay, ist jetzt eine andere Lebensphase, ist jetzt halt so, wie es ist. Oder auch das Gefühl für die Frau, die merkt, boah, da unten hat sich jetzt doch ein bisschen was geändert. Das ist nicht so wie früher, für ihn vielleicht auch. Der merkt selber, das ist auch ein bisschen anders, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Also das heißt jetzt nicht, dass sich was verändert hat, dass es gleich wieder irgendwie schlimmer oder schlechter macht. Es geht ja wirklich um diese Beziehung, um die Zuneigung zueinander, um dieses Phänomen Liebe auszutauschen und nicht um diese reinen Vergleiche mit früher oder vielleicht auch mit anderen Paaren. Ach, bei denen läuft es schon seit Wochen so gut und die erzählen, wie toll sie Geschlechtsverkehr wieder haben und was weiß ich wo, an welchen Orten. Es geht um euch, um eure Zuneigung und wie auch immer die geartet sein möge, wenn ihr eine Zeit lang nur kuschelt oder euch berührt, ohne dass da irgendwie Geschlechtsverkehr betrieben wird, ist das doch völlig in Ordnung. Dann lasst es doch so, wie es jetzt gerade ist und geht es langsam an. Versucht nicht zu viel zu schnell zu erreichen, zu forcieren, denn wenn da Druck im Spiel ist, dann geht die ganze Schose nach hinten los. Eine weitere Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist diese Infektionsgefahr mit Wochenfluss, mit offenem Muttermund und auch das Thema Verhütung. Also diese Infektionsgefahr im Wochenbett empfiehlt man tatsächlich lieber mit Kondom Geschlechtsverkehr zu haben, weil man einfach nicht möchte, dass da irgendwelche Keime aufsteigen können. Der Muttermund ist noch ein Stück weit geöffnet, klar, da können Keime aufsteigen und die können auch eine Entzündung machen, was aber auch ein seltenes Phänomen ist, muss man auch sagen. Aber durch diesen Umstand wird es empfohlen, dass man mit Kondom Geschlechtsverkehr hat und dann sind wir schon beim Thema Verhütung. Das ist ein riesiges Thema, Leute. Also da jetzt auf die Kürze euch eine Empfehlung auszusprechen oder zu sagen, was es alles gibt, da komme ich gar nicht mit hin. Ich habe, glaube ich, zwei bis drei Videos über Verhütung gemacht, da werden auch viele Möglichkeiten angesprochen. Und klar ist eins, wenn ihr stillt oder selbst wenn ihr nicht stillt und nur im Wochenbett seid, ist das nicht gleichzeitig eine Verhütung. Das heißt nicht, dass ihr gerade ein Kind bekommen habt, drei Wochen später, vier Wochen später, kann es tatsächlich auch schon wieder funktionieren. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber es kann funktionieren. Die Natur ist gnadenlos, die möchte sich fortpflanzen. Fest steht also, ihr müsst auf irgendeine Art und Weise verhüten. Da bietet sich am Anfang eben das Kondom an und natürlich mit so einem geöffneten Muttermund kommt auch immer diese große Frage nach der Spirale, ob man die einsetzen will oder nicht. Oder Hormonspirale, möchte man Hormone jetzt diesem Kind vielleicht auch über die Muttermilch geben mit so einer Pille, mit so einer Mini-Pille, die es ja auch gibt. Also dieses Thema ist mega komplex und das klärt ihr am besten ausführlich mit euren Frauenärzten da draußen. Ihr könnt gerne meine Videos auch nochmal schauen, wo ich zu den einzelnen Punkten ein bisschen Bezug nehme. Aber das Thema Wochenbett bzw. Stillzeit und Verhütung ist ein ganz eigenes. Summa summarum, wenn wir dieses Video zusammenfassen, gibt es wirklich die zwei Parteien, die beide Sorgen haben, die beide Bedürfnisse haben, in welcher Art auch immer und die beide sich auch Gedanken machen. Und wenn die immer so umeinander herumschwirren und so langsam so eine Distanz aufbauen zueinander, macht es das nicht besser. Deswegen, sobald ihr irgendeinen Fakt habt, der euch stört, sei es an euch selbst oder am anderen, dann fangt irgendwie das Gespräch an. Versucht darüber zu sprechen. Hatten wir jetzt schon drei, viermal diesen Punkt. Es ist so der wichtigste Punkt im Wochenbett überhaupt. Nicht nur, was das Thema Geschlechtsverkehr angeht, sondern es ändert sich so viel. Ihr habt jetzt nicht ein neues Auto gekauft oder ihr seid in eine neue Wohnung gezogen oder ihr habt einen neuen Job angenommen, wo man sich mal ein Fakt oder ein Etwas ändert in eurem Leben. Sondern es ändert sich einfach alles irgendwo. Und nicht nur im Kopf bei euch, sondern auch körperlich. Und ihr vergleicht das automatisch immer mit eurem früheren Leben. Und das macht viele, mich eingeschlossen, manchmal ein bisschen fertig. Und da hilft es einfach, wenn man einen guten Partner hat, mit dem man gut sprechen kann. In diesem Sinne, sprecht miteinander und geht es langsam an. Es ist alles normal, selbst wenn man mal längere Zeit keine Lust hat auf Sex nach der Geburt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, guckt auch mal bei Instagram, Facebook und Pinterest vorbei. Da bin ich auch vertreten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020